hallo 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 guten abend obwohl es noch kein abend also hi so eben das licht einstellen und da ist eine ich habe es geschafft den altar ein wenig zu automatisieren mit den notes funktioniert das echt gut dann habe ich hier unten ganze über einen importer gemacht da wird das reingeliefert mit höherer priorität aber es wird zwischengespeichert über den externe storage hier drin so arbeitet der dann die ganze zeit und versucht das aufzufüllen das funktioniert echt super ja und jetzt habe ich hier noch neben schauplätze angelegt weil ich blut bienen jetzt habe die ich habe noch gar nicht wieder geguckt gestern waren das 1500 buckets an blut und jetzt haben wir 14.000 buckets blut ja das sollte reichen das hier finde ich eigentlich am lustigsten die ernähren sich anhand von ähm lebendmaterial und dann muss man hier äh Tiere einsperren damit die sich ernähren können finde ich auch eine sehr sehr geniale methode so so und ich bin jetzt schon auf stufe drei so 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 Und hier habe ich die Speed Rune, die habe ich für die Altare hier gebaut, da muss ich noch neue Orbs drauf bringen, aber das ist halt, dann sind die hier schon Stufe 2, haben Observation und Speed Rune, dann wird das ins Soul Network gelernt. Ja, das hatte ich auch, halt dich fest, also, du willst ja bestimmt auch dieses Ritual of, nein, wie heißt das? Äh, habe ich das noch? Also, du willst ja dieses Ritual der, Moment, wie heißt das hier? Edge of the Hidden World oder Hidden Realm, ne? Und jetzt guck dir, du brauchst die Activation Cost von 80.000 LP und damit ist nicht gemeint, was du hier im Altar hast, sondern mit der Sigille der Definition kriegst du ja einmal angezeigt, wie viel Current Ascents du hast und hier siehst du, wie viel Current Ascents im Altar ist. Ähm, damit ist gemeint, du kannst ja Blut deinem Orb opfern. Also, der hier ist jetzt voll. Ich glaube, der hier... Ah, ne, ich habe einen, ähm... Äh, Base. Ich habe hier einen drinnen, damit ich die herstellen kann. So, und du siehst ja jetzt, ich habe 25.000 und wenn ich jetzt Opfer, geht das auf 27.000 hoch. Und der hier hat, glaube ich, eine Kapazität von 100.000. Und dann musst du halt auf 80.000 kommen, um, ähm, Sachen zu opfern. Und dann funktioniert das auch. Ich habe da auch eine halbe Stunde gesucht, wie das funktioniert und, und, und. Und dann hatte ich mir ein YouTube-Video angeguckt und das dann gesehen, dass das damit gemeint ist. Deswegen habe ich mir jetzt auch diese Nebensachen gebaut. Einfach nur, weil ich, ähm, hier dann die nächsthöhere Stufe vom Orb draufsetzen kann und dann automatisch Blut in der Soul-Network geladen wird. So. So. Ähm, das ist hier... Du meinst die hier, ne? Das ist hier die Defination Seagill. Die kriegst du relativ leicht am Anfang. Ich glaube, du musst dann nur Redstone und... ähm, äh, Slade in das Alchemie Array packen. Damit siehst du dann, du kannst auch, wenn du die in die, in die Offhand packst, kannst du dann halt sehen, wie viel Essenz man hinzufügt. Also, das funktioniert jetzt gerade nicht, weil, äh, ich kein Orb in der Hand habe, aber... da drüber funktioniert das. Und es werden auch deine kompletten 80.000, äh, Essenzen im Soul-Network weggenommen für die Aktivierung von dem Ganzen. Und was ein bisschen schade ist, ähm, du musst den jedes Mal neu bauen. Das heißt, sobald du den hier startest, generierst du ein Dungeon. Ja, sauber. Da fehlt ja nur noch, äh, 24.000. Das geht ja echt noch. Ähm, hier generierst du nur ein Dungeon. Und wenn du das Dungeon abgeschlossen hast, dann, ähm, musst du das komplett, komplette Ritual nochmal wiederholen. Und, äh, ja, so geht das dann immer weiter. So, wie kriege ich die hier? So, die... So, die... So, die... Naja, aber da musst du erstmal wieder auf die 80.000 kommen. Und das ist das Problem. Achja, und stell dich drauf ein, da sind sehr viele Monster unterwegs. So, die... So, die... So, die... Alter, Stufe 2. So, die... So, die... Oh, hier fiel theyin. So, die... Ja, was ich da gemacht habe, ist, ich habe mir hier das Sentinence Sword geholt, damit ich den Demon Will bekomme, damit ich Sachen verzaubern kann. Wie zum Beispiel für die Nodes habe ich das extra gemacht. Ascoloration. Okay, also. So. So. Okay. 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 Was war das denn? So. 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 That's a good thing. That's not a bad idea. ... und Crafting Rezept dafür. So, und die hier hat... Ich guck da noch was auch drauf. Big Bloodshard. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Verzeihend. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was macht das hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Rene guck mal, wie kacke das da läuft. 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 Oops. Olimp. 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 Oh��. Olimp. Olimp. Ja, genau. Eаль Kinp. Pp. Olimp. Kacke das ein. Olimp. Oermp. Olimp. 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 eingebaut guten tag ich habe dir noch mal ein paar ressourcen in dein system gelegt sowas wie diamanten eisen und sowas habe ich eine kleine spende reingelegt dankeschön weil ich habe da eh genug von ja danke soll ich auch noch verspenden so viel platz hatte glaube ich nicht ich muss sie noch ein bisschen verbessert wir können ja genau der kommt du kannst dich gerne hier umschauen wie kisten alles gut ich habe eigentlich alles aber werde ich vielleicht mal machen kannst ja einfach mal entlang gehen und da findest du noch ein paar kisten weil die vielleicht findest du eher was interessantes von ja ist nur von blatt magic ist von blatt magic ich glaube das sollte das speicherproblem lösen wir haben dein speicherproblem gelöst jetzt hast du richtig viel speicher in dein gerät hier da siehst du wie viele items werden speicher kannst 4,1 millionen also jetzt kannst das ding voll hauen bis zum geht nicht mehr da kannst du alle deine kisten rein schmeißen jetzt ja das auf jeden fall danke oh hier warte mal schmeiß das mal direkt da ins system rein ja warte da so hab ich gemacht ja so ja die nächste generation das finde ich super ja nochmal ein bisschen davon und bewerf ihn ja nochmal ein bisschen davon was könnte man denn noch gebrauchen hast du Lied noch genug ich habe genügend Lied ja so brauchst du irgendwas für Dekoration nee im Moment noch nicht die kann man ja kein problem ich habe davon tausende gerade da also bei ihm brennt das system richtig ich könnte noch 15.000 buckets blut anbieten wenn jemand möchte ja das auf jeden fall da habe ich jetzt 8,4 million 1,3 million das ist völlig ich weiß bloß nicht wohin damit ich habe auch tausend 800 gas tier so ich weiß gar nicht was ich damit alles ich habe 400.000 schneebälle wenn ich mal schnee brauche weiß ich wo ich hin muss ich wollte erst mal ja es ist pernium rüstung und dann die einfach halt erst mal besser das ist bisher dass im publikum das ausgeht und dann aber ich habe jetzt für dingens bräuchtest du auch für mekanismen bräuchtest du auch hauptsächlich der funksender genau den dann gehst du da rein und packt da dieses upgrade da rein diese karte irgendwie habe ich jetzt das andere nicht weil es sondern dieses und jetzt kannst du das wireless grid nehmen und darauf und dann kannst du dein wireless grid in die hand nehmen und dann kannst du das hier raus klicken auf die antenne da ja genau damit sich was gemacht wird und jetzt und jetzt hier dann kannst du es öffnen ein wireless grid nehmen und dann hast du dein system quasi immer überall von diesem bild aus also irgendwie also ich habe da jetzt drauf geklickt ja da steht der wireless drafting is out of energy ah du musst das erst aufladen und dann den pad genau und dann mal das hier und dann mal den eigenen charging pad äh hallo timon, schönes Ravis, wie geht's hier? oder eigentlich könnte man ihn hier auch direkt von power das wireless charging flux controller reinbasteln das hier? rein äh ja genau ich baue ihn das mal eben da oben rauf und konfigurier ihn das mal eben mir geht's auch gut, danke wie war so dein start ins wochenendeende, timon? ah ja, dann muss er ja selber machen sonst haue ich ihn ja in mein network rein mach da mal rechtsklick drauf auf das upgrade hier ja, habe ich zugriff verweigern wird im moment von einem anderen spieler verwendet ja, dann mach jetzt mal ja, jetzt? und dann gehst du auf in die mitte das dritte quasi netzwerkverbindung? ja genau, netzwerkselection kannst du da machen ja, also die ähm wie heißt das gleich noch? das soll jedes mal ein neues werden kannst du denn dein eigenes netzwerk erstellen ah ok cool und äh genau wenn du das gemacht hast dann kannst du äh da wireless charging und machen mhm ok warte mal das ist nämlich so eine phase ach das ach das ach das ist doch ach das ist doch äh ähm selections employer hast du ein passwort reingehauen? ja welches? star 1 äh star äh ne ist nicht richtig hast du das erst groß geschrieben? ne hatte ich nicht ne ja ok so wireless charging massiv schweb 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 ja timon ich mag sehr gerne star wars sie sieht bei dir aus schweb schweb genau schweb äh du musst dann nochmal eben rechts mit drauf machen ja was? bedrolle ne küche? schweb ich muss ja nebenbei die kleinen mini schnitzel drehen mini schnitzel oha äh michael kual äh hallo schon dass du da bist wie gehts dir? so was muss ich jetzt nochmal machen? äh das dritte ist wireless charging eher drahtloses laden ne? genau und da kannst du einstellen was du quasi laden möchtest das geht auch beschrieben bei den Feldern was du da hast quasi dann kannst du einmal deine armor rein hypothetisch laden wenn du welche hättest die ladbar ist aber ich würde jetzt erstmal deine main hand laden quasi ja das was du in der Hand hast ja ich bin auch unter die welt geflogen noch und hat irgendwie äh ich glaube 34 ritual stones mitgenommen ja 34 also richtig geil genau genau ja bei dir ist das alles auf deutsch ja so und dann müsstest du wenn du dein grid jetzt in der hand hast dann müsste sich das voll laden automatisch du meinst mein schwer zum beispiel? ne dein grafting grid was da eh dir eben gegeben hat ach das hier? genau das müsste jetzt voll sein ne das ist noch leer ja ja okay wireless charging ist ineffektiv ähm nein nicht mehr wenn er mitmacht vielleicht musst du den wireless controller auf das kabel drauf stellen ich habe den output aber richtig eingestellt eigentlich hier bei dem cube unten der wird befeuert zeigt der denn was an der wireless flux? ne der zeigt output 0 FE gerade an nice ich habe unten auch die halbe welt weggedonnert ähm ich hatte aber auch nur eins mit äh blumenfeldern wo welche waren sonst hatte ich da gar nichts also es könnte vielleicht das sein dass man dann Glück haben muss ich hab seinen stream auch gerade nicht auf dass ich da jetzt großartig gucken kann was er da sieht vielleicht wird das bei mir durch meine configs eingesehen so ne die ich ja selber getätigt habe äh michael wie gehts dir denn so alles flaschig bei dir? ähm Timo ich weiß gar nicht ob dieser bug damals das ist auch vor ein paar Jahren gewesen äh dass man keine Gegner mehr töten konnte und die einen nicht mehr töten weil das ja so ein LP bug noch da war damals ist ja immer noch dran da stehe ich im weg? ne ne ach ok weil ihr so rumhüpft da rum dass ich stehe im weg ne ne wir warten auf dich ok dann guck mal in den wireless controller rein damit wir uns die config mal angucken können äh äh ja ok äh drahtlos laden oder du bist ja mit den äh äh wenn du auf der der hausseite bist es steht da ja star bist du ja ganz oben ne? ja genau das ist richtig was das versteht ähm dann auf wireless charging und dann müsste da eigentlich nur die brainhände ausgewählt werden oder bin ich da jetzt auf dem falschen Ast? hm ja ne haupthand ist ausgewählt ratlos aktivieren ja äh äh genau tut er immer noch nicht war das? ok irgendwie kriegt ja gar keine energie ausgang fe 0 puffer 0 oder soll das so sein? ne der der muss mal hier auf das kabel direkt drauf gestellt werden ich glaub der kriegt mit mekanismen probleme na also eigentlich geht das bei mir so daher frag ich mich gerade nicht aber guck mit dem kabel verbindet er sich auch gar nicht äh die mekanismen macht da eigentlich keine probleme ich hab das genauso gemacht warte warte selbst den point äh hier den plug habe ich an die mekanismen cube gestellt und ja es muss erst ein plug im netzwerk ach ne der geht nicht es muss erst ein plug im netzwerk sein und dann geht das auch Output rein, ja, Output, Output, genau, so, zack. Configurieren, Laylist, Star Destroyer, Passport, A1, Connect, Live. Äh, ja, jetzt zeigt er an Wappa 3,2, ne, 3000. Ja, dann sollte es jetzt laufen. Ja, so habe ich es auch bei mir installiert, ein Plug an den Cube und ein Controller oben, ja. Da tut sich jemand sehr doll weh, das habe ich das Gefühl. Ja, aber der wollte ein bisschen Blut verteilen hier. Das sollte behoben sein, super. Ah ja, stimmt, perfekt. Jetzt kannst du dein Blut entziehen. Ja, oh, ah! Alles klar, jetzt habe ich es begriffen. Alles klar, jetzt weiß ich, wo du alles wirst. Und dann kannst du von überall aus jetzt quasi dein Grab in den Dinger benutzen. Egal wo, selbst ein Neta oder sonst wo kannst du jetzt auch dieses System zugreifen. Super, danke. Heißt, das Sinnvollste für dich wäre, dass du alle Ressourcen in das Ding reinschmeißen, so, und dann kannst du von überall aus immer zugreifen. Selbst wenn du ein Neta bist und dein Inventar voll ist, kannst du das Grid eben öffnen, dein Inventar alles ins System reinschmeißen, über dieses kleine Ding da, was du da hast, und dann hast du alles zu Hause oder wo auch immer immer vermag. Jo, ich verabschiede mich mal. Ich gehe auf Dämoniagd. Alles klar. Viel Spaß. Danke, gleichfalls. Ciao. Oh. Hi. Hoi. Anscheinend kannst du das nur betreten, wenn das deiner, äh, dein eigener ist. Oh, danke schön. Du kannst ja mal versuchen mit dem Schlüssel. Nö. Warte mal. Oh, ja. Dann geht's nur mit Geklämten. Ja. Den Schlüssel hast du nur behalten, oder? Äh, den hab ich dir wieder zugeworfen. Ich hab aber auch hier einen aus der Truhe bekommen. Okay. Einen oder drei? Ich hab ein. Okay. Aber ich hab, ich hab, ich hab nur drei da drin. Hatte ich bei der ersten auch, und dann war, ähm, äh, ne zweite hab ich noch nicht gestartet, deswegen. Oh, dann lassen wir uns mal überraschen, ne? Joa. Hier ist in dem Rums gar nichts. Okay, das ist einfach nur für Ressourcen, oder wie? Joa. Ah, da ist der Spawner. Warum spawnt hier eigentlich nix? Joa, weil der ja verbaut war. Ah, okay. Und wenn der bloß doch ne bestimmte Reichweite hat, dann spawnt er da drunter nix. Nein, noch nicht. Oh, sorry. Erst, erst wenn die anderen vier Räume offen sind. Äh, drei. Dann, dann darfst du. Ich wollte mal gucken. Aber die, interessanterweise, die werden erst generiert, sobald du den Schlüssel öffnest. Dumm. Ja, gut. Oh ja, hier sind welche. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das war's. Ja, weil hier drunter sind ja immer nur welche, die nicht sichtbar waren. Genau. Und da hinten. Oh. Und davon hatte ich in den letzten zwei Räumen. Oh, nice. Ich hatte auch nur einen von denen hier jetzt. Sogar mit Master Ritual Stone. Ja, davon hatte ich auch zwei Stück. War ja zwei Räume davon. Das ist der, der in der Mitte immer rinkommt. Mhm. Auf den ich drücken musste, ne? Ja, das erklärt was. Wenn einer mal wegfällt, ist das schlimm. Oh, ich kann ein Magnet anmachen. Dann. Stimmt, jetzt sag ich es eh mal. Das war's. Oh. Das ist klar. Können wir ja nachher aufteilen. Ach. Hast du schon irgendein anderes Ritual außer das hier jetzt gemacht? Nö. Okay. Bis jetzt noch nicht. Weil es soll nämlich noch irgendwie ein Demon Realm geben und sowas alles. Dann soll ja auch noch ein Blut Ritual geben. Oh. Irgendwas war da. Irgendwas habe ich natürlich bei den YouTube Videos gesehen. Also ich kenne das Ritual of Suffering. Das ist ganz lustig. Okay. Ja, das ist eigentlich nur ein Mob Grinder und du kriegst dafür Blutdissens. Ah. Ja, guck mal. Blut habe ich schon wieder ausgesaugt hier. Ja, habe ich auch gemacht. Also wenn du Bienen haben willst, dann musst du Bescheid sagen. Nee. Ich habe dir gesagt, mit Bienen fange ich nicht an. Okay. Ich. Könnte dir ein Dim-Tank geben. Ich kann dir höchstens mal einen Black Hole Tank geben und dann kannst du ihn mit dir mit Blut füllen. Ja, das kann ich. Das kann ich auf jeden Fall machen. Also mit 15.000 Buckets weiß ich eh nichts anzufangen. Ja. Deswegen. Ich habe fast die größte Stufe von dem Black Hole Tank. Ah, okay. Ja. Da sollte ordentlich was reingehen. Da passen 65 Millionen rein. Nein. Da gehe ich nicht rein. Mann, ich will doch nur. Ich mache das Ritual nur öfters. Ja, ich wollte das auch noch ein paar Mal machen. Nein, weil ich suche einen bestimmten Raum, den ich im Video gesehen habe. Okay, was für ein Raum denn? Da ist Monster. Einer mit, äh, welcher ist das? Mit einem Obsidian-Tor drinnen. Ah, okay. Und dann kannst du was machen? Keine Ahnung. Ich fand das bloß interessant. Irgendwie fand ich das nur interessant. Vielleicht geht das dann nur über dem zum Demon Realm oder so. Na, ist ja das hier. Ja. Es gab noch irgendwas, äh, anderes noch. Nein, nein. Das soll ja eigentlich das hier sein. Nö. Oh. Nicht jetzt zur Banane. Das kann natürlich sein. Ah. Pathway of the Endless Realm. Das ist irgendwie ein Tier 5 Ritual. Okay. Ja, gucke mal. Oh. Hat mich das hier wundert. Du sagst, es sind so viele Mobs hier drin. So viele sind doch gar nicht. Nee, bei mir ist wirklich, äh, nonstop spawn gewesen. Aber ich hatte auch andere Räume. Ja, siehst du, da haben wir es schon. Du hattest andere Räume. Ja. Dann werde ich später erstmal mit dem Altar weitermachen. Sonst komme ich ja gar nie weiter. Ja. Ne, was mich am meisten gestört hat, war irgendwann, dass du ewig und drei Tage wartest, bis irgendwas fertig wird. Und du nicht mal eben weglaufen kannst. Das ist richtig. Ja, aber jetzt funktioniert das. Ich kann die Sachen einfach anfordern und die laufen dann durch. Das ist richtig. Und du musst darauf hin, afraid ich würde, dass du die Sachen feststellen müssen. Ich bin echt cool. Ich bin echt ... S腹, Obrig. Das ist richtig. Moin also für Pathway of the Endless Realm brauchst du 150.000 und Living Essence im Netzwerk ja und 69 Runen aber die sollte ich jetzt gerade bekommen haben wie viele 69 Runen brauchst du ja 32 hast du dann hattest du ja selber noch welche genau und dann das alte Ritual noch ja dann nur die 150.000 ich gerade jetzt bloß darauf achte dass ich noch so viele ungefähr ein bisschen mehr habe dass ich das normal machen kann später ja ich glaube da werde ich jetzt auch anfangen einmal weiter zu machen mit dem Altar dass ich dann vielleicht in einer halben Stunde in den Realm kann ja da komme ich dann mit ja auf jeden fall ich behalte dich im Blick okay dann bis gleich so das war ja mal mega erfolgreich und es gibt irgendwie so hat er denn jetzt drei darf so okay neun x-ray g Was geht bei dir? Ah, Impute Slates wären an der Pfot, okay. Was brauchte man für den Blood Munchy? Ah, es gab so ein Disassembler. Ritual Disassembler. Ritual Tanker. Ah, okay. Was? Was? Ich brauch Tau. Was? Was? Einmal ein, hinten? Wannsingen wir die Pfot? Was? Wann! Wir haben die Pfot. Die Pfot. Wann? 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 Hi. Hi. Ah ja. X. So habe ich Blut. mehr habe ich nicht ich glaube auch weil die altare nehmen nicht so viel strom an die blut an wie man gerne möchte ich weiß ich habe es gemerkt man kann irgendwie diese escalation runes bauen bei der arbeit immer alle 20 tics damit kann man die um eine sekunde oder um ein tick nach unten bauen okay dankeschön dieses komische hasen geräusch dabei das glaube ich so 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 da ist er weg okay so ich will jetzt ähm den ha wie heißt das gleich noch das hatte ich doch gerade eben gebrauchen so die kann man hier so gestalten wie man möchte aber die sind halt wichtig 2 4 6 und 3 waren es glücklich 3, 2, 2, 2. Also nehmen wir doch erstmal einfach Endstore als Beispiel. Also 2, 2, 2 ist da. Die 3, dann kommt 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Dann gehen wir in die Richtung weiter. So, das hier muss gehen. 10 Tempel. 2, 2, 2. Ja, dann werden wir den Friedhof ein wenig vergrößern durch den Blattaltar. Find ich aber auch. So. 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 Okay, let's see. Ich könnte jetzt natürlich auch die Frage stellen, ob man das einfach da oben drauf baut. Also drüber. Okay, wir brauchen das erstmal daneben. Okay, also. Wie hat er das denn gut gemacht? Grundfläche rein rum. Ich finde das mit dem Fließen im Wasser. Jetzt. 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 Das war's für heute. 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 Oh, 482, okay. Das war's für heute. 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 Okay, 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 okay Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Was war denn? Okay, also. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Wir können Karotten und Potatoes nehmen. Also, Carots. Und Potatoes. Machen wir Opposits. Die hier. Potatoes. Der nächste Schritt ist... Die hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich warte, dass der fertig ist, weil ich habe jetzt gerade den, das müsste dann der Abschluss sein, ich habe hier gerade den hier gebaut, das wäre vielleicht für dich auch interessant, weil dadurch verbessert sich deine Blutabgabe, wie du hier siehst, kriegt man dadurch Bonus. Das heißt, wenn der Altar hier leer ist, kann ich jetzt den Sacryphal-Knife gedrückt halten, loslassen, 90% werden geopfert und ich habe 43 drin. Also, das funktioniert richtig gut. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich will jetzt nämlich den Orb Stufe 4 herstellen. So, ich will jetzt den Orb Stufe 4 herstellen. So, weswegen ich jetzt ein paar mehr davon mache, ist, damit ich den ein... ...die ich hier unten reinlegen kann. Dadurch den X-Pass bekommen. So, ähm, Lord, da brauche ich Tilt. Oh. Und? Dafür muss ich nur... ...drucken. So, ich bin Diaz. Untertitelung des ZDF, 2020 So, was hat der denn jetzt? Äh, das ist hier 3000 Eis. Okay, einmal vollgemacht bitte. Oh. 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 So, jetzt führt sich automatisch mein Essenz-Netzwerk, weil ich die habe. Okay, und jetzt will ich den Tinkerer bauen, damit ich einfach das Ritual abholzen kann. So, jetzt kommt das Ritual. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja. Eh. Dann müssen wir da eine Stufe... Ah. Bus. Okay, deswegen kriege ich das nicht. Ö, den habe ich. Block of Coal, zwei Stück, okay. Eine Schaltplatte? Äh, nee. Block of Ra... Demo Light. Ah, die bekommt man, wenn wir im... Hellforge unterwegs... Äh, nicht der Hellforge, sondern in diesem Demon Realm unterwegs sind. Ja, aber guck mal hier. Ähm, du brauchst einen Raw Block of Demo Night. Und Raw Demo Night becomes to, äh, entweder wenn du die... Hellforge Records zerstörst, oder... Loud Quest. Äh, you know, performing as a Pathway, give you a Demon Rain. So, where you can find Demo Night, or... Kl salut. Äh... Ja, die gibt's jetzt ja. Äh, ey, äh. jakieś tyvärrstehenstehe Denki 121- Spaf단отats? Okay? Wıkklar! Um, dus per day. Jak kelarda ist das schon? Ab und her. Ein Highest would jag zu limite? Ich надо einmal, dass ihr michenciaert oder aner incidents wurde... Oh, wie bei bei mir ja? 225- WWW imめ�� R auf. 因'de deixa neue Wasserflöge was Model Anerkennung. Und politicreibe ich nicht mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Bin sie da, da. Oh Gott. Hi. Ich hab mich voll verjagt. So muss es sein. Hockst du unten im Keller, weil du denkst nichts Böses. Ja. Ja, wir können los. Ich hab mich grad gewundert. Ob du, ob ich die Einstellung richtig gemacht hatte oder nicht. Ja, hier ist noch ne zweite Truhe. Hm, zwei Truhe. Ich hab gleich vier Schlüssel. So. Oha. Oha. Wen schält der vier aus? Ja, weil ich die mit den, ähm, ah, wie hast du's gleich noch? Mit diesem komischen Sentinel-Schwert schlage. Ah. Damit ich diese, äh, den Demon-Will bekomm. Unter den Steinen ist noch mehr. Das war mir aber schon fast klar. Ups. Begutsamkeit. Das Wort. Und da ist er. Und da ist er. Das war's für heute. Das ist echt nix gutes Träumer überall. Nein. Nein. Jetzt sag mal so, die Gems, die nehme ich auch mit. Ja, ich habe jetzt einfach alles eingepackt. Hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Oh, ist recht. Oh ja. Ja, das war ja ernüchternd. Wie viele Schlüsse hast du noch? 12. Oh, okay. Ich habe alle meine verdraht. Ich habe in den Kisten gerade noch welche gesehen. Oh, man kann sogar welche herstellen. Okay. Ja. Oh, das hätte ich mir vorher wissen müssen. Oh, hier geht was. Was ist das? Und dann wieder geht's. Und dann wieder geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Welche Tür zuerst? Such dir eine aus. Oh. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist noch eine Schatztruhe unter der Treppe Wir können jetzt von unten nach oben gehen Wenn du keine Schlüsse mehr hast, dann crafte ich ganz fix welche Ich hab noch neun Ich hab noch neun Ja Wir sind gerade aus dem Hauptraum erstmal durch die erste Tür gegangen Ich weiß Das war enttäuschend Ich hab aber immer noch neun Oh Okay Ja Dann auch noch nach oben Oh Oh Oh, da ist auch noch ein unten. Huch. Zu weit geklickt. Zu weit geklickt. Enttäuschend. Ja. Oh. Oha. Okay, das sieht gut aus. Die war anscheinend gespiked. War wenigstens was Interessantes drin? Äh. Warte, wie heißen sie gleich noch? Diese. Wie sie. Wild Crystals. Drei Stück. Okay. Und Diamond. Ähm. Diamond Boots. Naja. Eimer. Hast du welche? Immer. Cool. Thank you. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Hast du gesehen, was für Bücher das waren? Mhm. Jetzt ist mein Inventory damit voll. Ja, pack sie doch in die Kiste. Gott. Das mache ich die ganze Zeit mit den notlosen Sachen. Ich brauche jetzt alles in die Kiste. Okay, nee. Ich schmeiß alles ins Inventory System. Ich hoffe, was wir hier brauchen. Dungeon-Sieger. Spezial-Dungeon. Da brauchen wir die anderen Keys. Die Formance-Miner. Formance-Key oder so. Ja. Das weiß ich mal. Da muss der ja hier irgendwo nur sein. Ja. Da bleibt mal kurz. Da ist fast der letzte. In der Reihe. Ja. Da gibt es aber auch kein Rezept für. Nee, der muss der finden. Okay. Vielleicht ist der das? Ja. Das weiß ich mir. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Und diese Dinger, die auch herstellen, die Endputterrahmen? Nee, die sind komplett proofed. Okay. Okay. Ich bin zu sinken. Okay. Weiter nicht. So, ich hab keinen Schlüssel mehr. Du? Okay. Drei hab ich noch. Okay. Äh, warte mal eben. Ich mach mir hier mal einen Marker. So. Na, warte mal. Ja. Ja. Da. Weil solange der hier stehen bleibt, können wir direkt hierher. Äh, wie heißt das gleich noch? Das Dungeon nicht zurücksetzen. Genau. So. Sobald wir den Schlüssel gewonnen haben, gehen wir direkt hierher. Ohne hier zu latschen. So. So. Äh, ich glaub ich würd einmal kurz zurück den Müll wegwerfen und, äh, wie heißt das gleich noch? Einmal Kies herstellen. Kannst du gern tun. So. Was? In der Zeit zur Checkma-Runde alles. Also. Ich warte hier. Ich hab 30 und so viele Sachen hab ich gefunden. Ah. Weil ich schmeiß alles von hier aus ins System. Ja, ich hab, mein kompletter Rucksack ist voll und das ist so nervig, weil ich da diese Stack-Upgrades drin hab. Ja, wie gesagt, ich schmeiß ja alles direkt von hier aus ins System. Ah. Ok. Ist gleich. So, was brauch ich denn für die Keys? Normaler. Blood. Key. Äh. Impute Slate. Blood. Audi Promoc esos. Dr. Dr. Josh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Okay, I need to find the keys. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und hat einfach mal nach unten gebuddelt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also müssen wir hier auf diese komischen Steine achten Das müsste an der anderen Wegesgabelung auch noch mal sein Weil da sind auf der Minimap auch noch so viele Husk. Können wir nochmal zurück? Ja. Oh. 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 Da waren auch noch keiner. Okay. 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 Und wahrscheinlich ist unter uns auch gerade ein Spawner, sonst würde da kein Rauch rauskommen, oder? Oh ja. Oh okay. Oh. Woah. Wash. Okay. Um… Keep this equal to… Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wir machen hier gerade, äh, Gott, Bloodmagic im Demon Realm und das ist ein riesengroßes Laborel, wo man durchläuft. Das war's für heute. Oh ja, und diesen Räumen hier gibt's übertrieben viel Loot. Aber, wir suchen eigentlich andere Räume. So viel haben wir jetzt schon erkundet. Überall hast du diese Schlüssel und da kannst du dann rein... Von der Syndrom solche Schlüssel oder stellst die her. Lang? So, hier? Oder... Da geht's auch lang. Oh. 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 No. Oh. Also wir suchen eigentlich dieses Ohr, was wir gerade abgebaut haben, weil man damit irgendwann den Altar erweitern kann. Ihr fühlt ja kein Ende hier. Ich weiß auch nicht, wie groß das Ganze ist. Also wir könnten hier unten noch weiter. Hinter der Treppe war auch noch eine Tür. Ja, das war kein spannender Raum. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn wir hier lang gehen. Ja, hab ich mir gedacht, weil hier geht schon den nächsten Raum. Gut. Gut. Oh Gott. Oh, hier ist wieder was Interessanteres. Oh. Bist du sicher? Irgendwas mit... Oh, was ist das denn? Special Dungeon Seal. Das ist hier. Nee. Ich werde hier. Was ist das? Das ist hier. Okay. Oh Gott. Okay. Du bist hier echt. noch ein schlüssel ja ja aber wir brauchen ja irgendwie mal irgendwie sowas wie ein boss ruben oder so aber er sagte ja hier spürt er etwas das war ein dead end so getroffen hast mich nicht okay okay Oh. I am here. Oh. Oh. How are you? How are you? I'm here. Right. Ich werde ihn auf einmal füllen. meinst du das geht hier unendlich weiter oder wird man irgendwann ein ende erreichen wie bei den anderen dungeons meinst du man wird hier irgendwann ein ende erreichen oder geht das endlos das ritual hieß endless real ok ja eigentlich ja ich hab auch noch kein vielleicht habe ich den ja wir haben ja einmal diesen towerboss getötet da habe ich auch keinen bekommen das wird schon ein ende aber die schlüssel müssen ja irgendwo drücken ja ich hab ja irgendwo schon also gibt ja auch bestimmte sachen mal die schwerter die sensor oder oder irgendwas andre Ich googel mal. Was machst du? Ja, ich googel das gerade mal. Also. Ah, ich glaub wir müssen mal zu dem Dungeon Key 2. Anscheinend kann man da rein irgendwie. Ja, und hier ist der Vormanns Key. Okay. 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 Okay, dann auf zum Dungeon. Dungeon. Nice. Ein? Okay. Okay. Oh. ARD Text im Auftrag von Funk Daaaahhh Hast du auch Miners Key bekommen? Ja. 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 Sorry. Alles gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Stimmt, soll man hier eigentlich mit der Bahn langfahren und dann einfach Bestimmt So Der letzte Key Wie der letzte Key Also mein, letzter, meiner Key Also, ich hab bloß einen Oha Äh, seit dem 1. Januar Diesen Jahres Also noch nicht sehr lange Also, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, Wie der letzte Key Des고 Bis 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 Hi Zuschauer und ja, ich bin eine Lootfräse und ja auch ein Frischling. Abend und wir hatten, wie heißt das, der hatte mich schon mitgenommen und ja ist einer von den Leuten, die hier auch zukommen und streamen. Ich bin ein Frischling, aber ich bin ein Frischling, aber ich bin ein Frischling, ich kann man sich echt nur noch verlaufen. Woher, woher kommen die? Ja, also wenn das so weitergeht mit den Räumen hier, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Jo. Keine meiner Keys mehr. Ich habe auch keine mehr. Ich hatte einfach so einen. Achso, ja okay. Ja, müssen wir dann mal ordentlich Keys sammeln. Hier herstellen. Eine Hellforge kann man das mit dem Ingot. Ah, warte mal. Ich habe noch so einen Formers-Key habe ich noch. Ja, der war ja für die Eingangstür. Ich glaube nicht, dass der hier bei den anderen funktioniert. Wo sind denn meine anderen Keys jetzt? Ich habe noch acht normale. Ja. Ja, da habe ich noch fünf von. Dann können wir erstmal wieder zum Eingang zurück. Jo. Und? Also zum Dungeon-Eingang. Ja. Ja. Da geht's. Und da? Ja. Da waren wir noch nicht. Ist hier unten auch noch was? Ne, da waren wir schon. Ah. Ja. Ja. Das war's für heute. ok die hellräume sagen aus da ist nichts drunter die dunklen räume sagen da ist was drunter oh Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist doch echt viel hier. Das ist so übertrieben viel. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, also in der Mine gibt es eindeutig besseren Loot. Welcher Mine? Der Bereich, wo wir eben gerade drin waren mit den anderen Schlüsseln. Der wird Mine benannt. Dazu müssen wir erstmal die Mine wieder Schlüssel haben. Ja. Und dazu müssen wir jetzt hier alles machen. Aber wir müssen ja auch den Raum wieder finden, wo die Mine-Schlüssel drin sind. Das ist ja der Dungeon 2, ne? Nee, 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 da war nur der Dingsons-Schlüssel drin, der Vorarbeiter-Schlüssel. Die Schlüssel für die Mine haben wir bekommen im Minenbereich. Oh, aber ein Turm. Die haben doch nicht mal den Ehen-Turm durch. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Döne, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das war's für heute. so ich habe jetzt keine schlüsse mehr ich habe nur noch sieben du lässt mir ich ja kann was aufmachen ja alles gut so 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 Und da ist noch einer. Die machen wir von oben. Das war da sehr laut gerade unten. Das ist dann die erste Tür hier. Das war da. Das war da. Das war da. Das war da. Das war das. Oh ja, die spawnen hier echt in Massen. Und ja, das ist echt problematisch zum Teil. Aber eigentlich sollst du die hier mit dem Sentinel umklatschen. Aber naja. Und da ist noch mal los. Die sind da. Das war die. Die sind da. Das war einer. Was ist das? Das war das. ich bin die andauernd Geh, geh, geh. Geh, geh. Geh, geh, geh. 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 Geh, geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh Der ist glaube ich neu. Der ist wirklich neu. Was machst du da drin? Ich wollte gucken ob hier Spawner sind. Sinds wirklich. Hast du alles Brunner weg? Ja. Ist doch hier oben. Ist nix. Doch Türen auf jeder Etage. Ja ja und dann auch noch vier Stück. Da guck dir mal die Karte an. Ja hab ich auch schon gesehen. Und überall wo so ein kleiner Nobel raus guckt ist neues Dungeon. Oder neuer Weg. Ja. Ich hab dich gesucht. Ich hab dich gesucht. Wir können ja mal vom Turm aus alle Türen erstmal aufmachen. Ich hab wieder zurück zum Turm oder was? Immer vom Turm aus und dann erstmal alle Türen öffnen. Ja. Ich hab noch zwölf Schlüsse. Ich hab noch sechs jetzt wieder. Also meinst du den Turm hier oder? Ja 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 den Turm erstmal. Ah ok. Dann fangen wir doch mal hier unten an. Also immer bloß in den Raum rein und wieder zurück. Okay. Ähm. Ja aber erstmal leer machen. Achso. Ok. Du sollst ja keine neue Tür öffnen aber leer machen kannst du. Oh. Hi. Oh. Hi. Ja. Also. Ich glaub das hier. Also das Ritual für Blood Magic hieß. Äh. Hier war bloß eine Spur ne? Pathway to the Endless Realm. Also. Ja. Ne da ist meine. Und ich glaub ganz unten ist noch eine. Ja. Ja die hatte ich noch. Also drei Turm waren's. Pause. Guys. headsets. donut. Easy. ый Was ist das? ja ich beteilige mich an diesem unfrevelhaften verhalten bis gleich so dann würde ich eben wie tronic eine kurze pause machen und einmal fix auf klo und 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 dann sehen wir uns gleich wieder also bis gleich so Amen. 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 Wem sagst du das? Das hätte echt ausgereicht. Hallo. Hallo, hallo. Night Vision? Kannst du mal aufsetzen, dann sehen wir ja Zuschauer mehr. Oh, ja. Das habe ich vergessen. Oh. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Ich habe auch noch zwei Stück davon. Was ist denn jetzt? Ah. Das sieht hier ganz anders aus mit deiner, mit der Grafikeinstellung. Also mit dem Shader. Ja. Also viel heller auf jeden Fall. Glückwunsch. Wie lange hast du danach gesucht? Pona? Achso. Das war aus dem Stream. Ja, gerade schon mitgekommen. Hast du überall Ton an? Ja, habe ich. Oh Gott. Ist das nicht hart verwirrend? Äh, manchmal aber nur. Ah, okay. Oh Gott, du Ärmster. Wie lange? An. Was ist das? Lass mich raten, du wolltest gerade damit aufhören, den Frachter zu suchen. So, erste Stockwerke abgeschlossen. Oh, der ist neu. Nein, doch, doch. So einen ähnlichen hatten wir schon mal. Ja, nur in viel viel kleiner. Oh, unsichtbare Spinnen. Okay. 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 Zähne Ui, die Schaufel und das Gezacke. Okay. Also ich ziehe hier auch nonstop irgendwelche Diamonds Sachen raus. Nicht Diamond. Oh, das war Rit. Sentinel. Oh. Davon habe ich noch gar nichts gefunden. Sentinels Schaufel, Sentinels Spitzhacke und Sentinels Axtlitzer. Nice. Und einen Sensor habe ich auch jetzt. Einmal alles. Jupp. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ja. Ja, die wollte ich mir auch noch herstellen. Ich weiß zwar nicht, was die bringen, aber... Ja, was man hat, hat man, ne? Ja, genau. Ah. Du musst mir überlegen, wenn hier ausgehen auch nochmal Türen weg, ne? Ja, leider. Aber erstmal den Turm. Jupp. Ja, das glaube ich, wenn du da stunden Versuche bist... Ähm, nö. ...hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. So, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Ich brauche den Pass, also diesen Oxidanweg. Okay. Daraus kann man für den... Wie heißt der denn noch? Für den Incense-Altar kann man dann eine Erweiterung bauen. Und bei dem kannst du halt viel besser Blut opfern. Okay. Das gucke ich mir dann später mal an bei dir. Oh Gott. Guck mal hier runter. Jede einzelne Tür. Die fährt irgendwo hin. Ja. Wie fliegst du? Mit dem Jetpack. Ja, genau. Kann ich nur empfehlen. Ja, bei Gelegenheit. Sch. 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 Das war's für heute. Und nö? Hm? Und nö? Ich versteh dich nicht. Und jetzt? Achso. Ähm, ich glaub, ich will jetzt erstmal weitermachen mit Blood Magic. Das war jetzt sehr viel. Ich weiß nicht, stellen wir hier den, äh, den, den, wie heißt er, Waypoint hin? Hm, so. Okay. Bei Gelegenheit mal weitermachen, ne? Ja, genau. Zu viel wird auch zu viel. Ha, aber dann können wir den hier jetzt weitermachen. Ich weiß zwar noch nicht viel, aber... Vielleicht geht's. Also, können wir den hier in den schussischen Kopf Presse hinweisen. Das ist gut. Ich weiß nicht, dass wir das hier in den typischen Kopf durchkommen sind. Das ist gut. Ich weiß nicht. Vilken wir den ihm? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Das Ganze hergestellt. Oh. Oh. Vielleicht sollte ich den. Vielleicht passiert das dann nicht mehr. Okay. Aber jetzt Stufe 5. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 Let's do it again. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin gerade echt hart am überlegen, wie ich das hinkriege. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist, wenn ich jetzt da an die Truhe einen Importer heransetze? Was ist das? 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 Mir fällt dazu echt nichts ein. Was ist das? 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 war's für heute. Das 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 war's für heute. So, da bin ich... Ich habe vielleicht noch eine Idee und zwar mit einem Observer. Wie funktioniert das hier? Oh, wow. Gebt ihr einen Breathstone, sieht man aus. Ne. 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 Ihr seid zuvaron. So, ob die andere Prage ist. Oh. Habe ich keine Carrots mehr? Oh Gott. Was passiert, wenn der voll ist? Äh, nicht voll ist, sondern... So, wer wird das hier bekommen? Äh, ne, nicht das hier. So, ich mein, wenn das hier auf 3 steht. Aufhiegel. Jetzt zieht sich da noch weitere. So. So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, die will er nicht drinnen behalten. Beziehungsweise sind die Behälter drin. Das war's. 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 Das ist eine andere Möglichkeit. Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. 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 Interessant. Wie viel man vergessen kann, wenn man... Wie viel man vergessen kann, wenn man ewig und drei Tage nicht mehr gespielt hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also hilft bestimmt schon irgend. Ja, also hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wieso? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Das heißt, das habe ich jetzt im Axis. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, schön! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann gehe ich jetzt auf die Suche nach Wasserstoffkristall Ah, zu reinem, ne? Spannend... Und wie ist es, so'n vollen Noob zuzugucken, wie er das Spiel spielt? What? Ich habe jetzt drei Jahre nicht gespielt. Ja, wenn du... Wirklich, es kommen so viele Spiele raus mit so unterschiedlichen Mechaniken, also das wundert mich nicht, dass man sehr viel nachdenken muss. Ah, ey... Was soll denn das? 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 So... Alter Schwede... Was soll denn das? Was soll das? Was soll das? Amen. Schiff neu starten? Okay. Kaum sind die seltsamen Meldungen auf dem Bildschirm verblasst. Leiden meine Finger über das Armaturenbrett des Raumschiffes bestätigen. Bekanntsche Schalter, als würde es mir empfiehlen. Wer auch immer dieses Schiff zuvor bewohnt hat, hat eine tiefe Präsenz hinterlassen. Ein Echo in der Maschine. Okay. Ey, das sieht so genial aus. Das gab es eigentlich nicht damals, als ich das das letzte Mal gespielt habe. Also so coole Schiffe. Das ist richtig genial. So, wie war das mit X? Kann man die Kamera... Oh Gott. Jaaaa... Das sieht richtig... Ey, so schlimm war das auch nicht. Ich dachte, ich sollte vielleicht eine neue Welt auswählen, oder? Ich muss wahrscheinlich hier... Hä? Ah, ich habe keinen Überantrieb. Das ist doch nicht okay. Das ist doch noch einer Aunt. Was ist denn hier ein anderer? Was ist das, ist das ein anderer Planete? Ah ok, da ist ein anderer Planete. Er ist ein anderer Planete. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, welche andere Ansicht meintest du denn? Ah, okay. Hier hat sich ja nicht großartig viel geändert. Oh, okay. 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 Oh. Wie habe ich dieses kleine Haus entdeckt, aber nicht diesen riesen Frachter, der da rumliegt? Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich war gerade irritiert von diesem Geräusch, aber das war der eigene Bot wahrscheinlich. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ja, macht der meiste Sinn. 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 Okay, dann lauf ich da gleich nochmal hin. Ja, macht der meiste Sinn. Hi, was geht? Ja, spricht man dich hämatit auch so? Ah, okay. Okay, ja, ich hab das letzte Mal vor drei Jahren gespielt und wurde überredet. Genau, und jetzt mach ich blutige Anfänger hier Sachen und versuch das Spiel wieder zu lernen. Ja. 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 Das trifft es im wahrsten Sinne des Wortes zu, dass ich andauernd überrascht wird, was sich alles geändert hat. Aber finde ich cool bis jetzt. Ja. 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 Ja, wir hatten das gestern... Gestern schon Ich hab ein paar Sachen So erste Entdeckung Erste Entdeckung So vor 10 Jahren Und in dem Ein Save Game hab ich noch das Starter Raumschiff Von vor Als das Spiel raus kam Also den ersten Tag Das was man damals im DLC Bekommen hat Ja ich will aber nicht zu voreilig sein Nicht dass das gleich eine Quest ist Bekommen Zwei Oh cool Das gab es damals auch noch nicht Dass die sich automatisch Gesetzt haben Sondern du musstest die Hart händisch Anbringen Drei gerne Durch die Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ich hatte da noch was gesehen. An der Feld. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fliegen wir mal auf die Raumstation. 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 Ach verdammt mir fehlen 25. Ja. Ah, oder eben fix kaufen. Ja. 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 Ich würde dann auch mal eben fix kurz AFK gehen. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Würde ich sagen. Also, äh, bis gleich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Audrey Nokia, 2020 Oh. 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 Dankeschön. Oh. Ich hoffe, ich habe schnell genug das Mikrofon ausbekommen. Ja, sauber. Ich glaube, sonst hättest du keinen Trommelfell mehr. Oh, mein Rücken hat geknackt, als ich genießt habe. Und der Stuhl auch. Also das war dann doch wenig. Ja. Ja, ja, ich habe auch noch genug gehören, wie ihr denn, ich bin mir nicht. Genau. 22. 22. Ich wollte nur gucken wie viel ich brauche. Ah, sollte ich auch rausnehmen. Was gibt es denn hier noch für Expeditionsziele? Oh ja, gute Idee. Die hätte ich jetzt liegen lassen. Wahrscheinlich. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann machen wir jetzt hier weiter. Und dann machen wir jetzt hier weiter. Und dann machen wir jetzt hier weiter. Dann fliegen wir mal zum nächsten Stern. Dann fliegen wir jetzt hier weiter. Dann fliegen wir jetzt hier weiter. Dann fliegen wir jetzt hier weiter. Zeit für die Wahrheit. Du verfügst über das Signal, aber du bist nicht die Leto-Intentität. Dann fliegen wir jetzt hier weiter. Oder der ist schon seit ewig und drei Tage in diesem Spiel drin. Und wenn es das ist, was ich denke, was du meinst, dann ist das eher... Der hat mein sehr verwirrtes Gesicht gesehen und wusste dann sofort Bescheid. Hallo, Nada. Ich bin Priester-Intität, Nada. Willkommen in unserer Anomalie. Unser Zuhause ist doch schön, oder? Polo hat es selbst gestaltet. Eine vollkommene Blase frei von den Wächtern frei, um weit über das hinaus zu gehen, was da draußen ist. Frei zum Beobachten und Suchen. Nach Leto fragen. Eine reisende Identität wie du. Ich kenne ihre Nummer nicht. Nada macht sich nichts daraus. Euch als Iteration und die Nummer anzusehen. Okay. Sie sind für uns verloren. Sehr wahrscheinlich. Die Wächter haben unsere Anomalie nicht bemerkt. Aber der Anomalie sollte nichts entgehen. Diese Nada-Identität hat etwas Vertrautes an sich. Etwas Tröstliches im sanften Licht ihrer Höhle. Den finde ich gut. Er hat meine Saves gekehrt. Er ist ganz zehn Jahre alt. Wenn nicht sogar noch älter. Und das letzte Mal vor drei Jahren gespielt. Ja. Nada war ein Auge unter vielen. Aber ich erwachte mit dem Tod meiner Heimat. Dem Tod von Korvax Primus. Ich wurde andersartig allein gejagt. Doch Nada ist nun nicht mehr allein. Nada hat Polofreund. Und viele andere besuchen unser Heim. Unsere Konvergenz ist klein. Aber Nada ist glücklich. Nada spricht und beobachtet mich dabei. Um meine Reaktion zu analysieren. Die Entität sieht mich an. Als würde sie mich schon immer kennen. Okay. Polofreund hat Nada gefunden. Hat mein Signal gefunden. Nada ist in Sicherheit. Nada sucht jetzt nach anderen Signalen. Damit andere in Sicherheit sind. Du bist frei. Deinen eigenen Weg zu gehen. Suche nach Antworten. Erkunde mit anderen die Universen. Reise zu großen Sehenswürdigkeiten. Mach das was du möchtest. Reisende Identität. Aber sprich mit Polofreund. Er nimmt diese Dinge klar. Klarer wahr als Nada. Spezialist Polo. Aber wir haben irgendwas wieder freigeschaltet bekommen. Ah. Erste Anomalie. Okay. 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 Du hast mit Nada gesprochen Freund. Neue Ankünfte. Neue Freunde. Polo nickt ernst. Er sendet Koordinatendaten eines einer Atlas Station an mein Raumschiff Computer. Hä? Es geht immer etwas zu tun. Das stimmt. Aber nicht je. Nicht jetzt mein Freund. Los genieße Freiheit. Erkunde die Sterne. Polo lächelt und sendet die Position eines schwarzen Lochs an den Navigationsrechner meines Raumschiffes. Polo lächelt und sendet die Position eines schwarzen Lochs an den Navigationsrechner. Polo lächelt und sendet die Position eines von ihnen auf den Navigationsrechner. Das stimmt. Ich finde das auf die Position eines Schwarzen Lechlikationsrechnerhnersen. Die Position eines Schwarzen Lechlikationsrechnerhnersen. Sprechen Lechlikationsrechnerhners. fica aus. Verzüge Oh, ich bin los. Ich bin los. Es geht immer wieder. Und wir haben noch ein paar Mal Schwarzen. Mit den gravesen Lechlikationsdaten. Die Position eines Schwarzen Lechlikationsrechnerhners. Und dann gibt es bereits die Leute. Die Position eines Schwarzen Lechlikationsrechnerhnersen. Soll ich nicht Plünderer machen? Ok, gut, ja ich hab grad umgeschaltet weil ich ja auf schwarze Loch war, so, wie steckt das mit der Raumschiff Technologie Reparierung an, also Sauerstoff und verdichteter Kohlenstoff. Soll ich nicht Plünderer machen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Oh. Wie meinst du das? Oder meinst du wegen deinen Raumschiffen und so weiter? Ja. Also ich finde das ja schon geil, muss ich ja sagen. Aber ich denke halt, Mittelalter ist doch ein bisschen mehr was für mich. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Hä? Wie habe ich denn... Ich habe nichts gemacht. Hm. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mich hart am überlegen, ähm... Hier, wie heißt das? Nightingale zu spielen. Falls dir das was sagt. Aber das war mir dann doch ein bisschen sehr komisch. Nikalosa. Groaning, infer Cantober. Wie geht das? Wie geht das, Brrr? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts mit dem Huhn. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja, auf jeden Fall. Ja, habe ich auch gerade gemerkt, ich hätte direkt auf dem Planeten bleiben können. Das habe ich aber erst zu spät gesehen. Hattest du Starfield gespielt? Okay, aber das passt. Ich würde es feiern und würde es einen Raumschiff-Building-Ding geben, wie in Starfield hier in No Man's Sky. Dafür ist die Engine wahrscheinlich überhaupt nicht gemacht, aber ich glaube, das wäre sowas von cool. Ja. Oh cool, Fische. Ähm, Open World war das für mich auch nicht. Hey. Oh, Unterdrückungsmaßnahmen. Oh, okay. Und was ich glaube ich auch noch ein bisschen... Ein bisschen feiern würde, wäre auch Innenraum. Ja, ich wollte gerade wegrennen. Also, dass du ähm... Wie kann man das sagen? Also, was ich... Ich glaube, da würde ein richtig harter Suchtfaktor reinkicken. Ähm... Raumschiff-Bau. Frachterbau, so wie du den haben möchtest. Und, ähm... Stationsbau. Ich glaube, das wäre auch übertrieben genial. Okay. Vielleicht sollte ich dann doch noch mal woanders hinfliegen. Äh. Ich dachte, das sah cool aus. Ha. Und das hier habe ich in Starfield vermisst. Dass du so nicht einfach über den Planeten fliegen kannst. Oops. Hey, Salz will ich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, so. 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 Die schleierhaften hinterlegten Slots sind Turbos. Okay. Gucke ich gleich mal. So. Ich hab mal eben ne kurze Frage. Ich mach gleich mal eben die Musik aus. Hast du dann ein Rauschen? Also außer vom Spiel jetzt. Also jetzt zum Beispiel. Ich grad nicht weiß, ob das über den Kopfhörer kommt oder übers Spiel, weil ich hier irgendwie mit zig Kabeln hin und her Ton geleitet hab. Also du hast jetzt kein Hintergrundrauschen. Okay. Okay. Dann gibt es jetzt wieder Musik. So. Okay. 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 Auf dem Weg zum ersten Treffpunkt der Expedition. Das find ich cool. Okay. 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 So. Okay. 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 Ja, fällt gar nicht auf, dass das hier eine Seuche ist. Okay. Okay. Oh. Oh. Und wie hat es jemand geschafft, da oben eine Basis hinzusetzen? Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Okay, werde ich mal machen. Okay. Okay. Ich gucke mir das hier alles noch ein bisschen an. Oh, Erweiterungsslots bekommen. Nice. Ich gucke mir das hier. Okay, dann lasst uns eben den Planeten scannen. Ich gucke mir das hier. Oh. Das war ja schnell. Ich hatte mit mehr gerechnet. Was ist denn ein Begleiterei? Ich gucke mir das hier. Ich gucke mir das hier. Was zur Hölle? Okay. Was kann man denn Haustiere haben? Oh, sorry. Ich gucke mir das hier. 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 Okay. Das ist offensichtlich nicht der Treffpunkt. Ich gucke mir das hier. Ah, und jetzt? Ich gucke mir das. Ich gucke mir das. Ich gucke mir das hier. Ich gucke mir das hier. Ich gucke mir das hier. Okay. 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 Ah, okay. Atlas-Station. Kann ich nicht hinwarmen. Ich kann doch hinwarmen. Wer kann denn ahnen, dass ich Tankfüllung bekomme? Also. Dann reisen wir ins nächste Abenteuer. So, Expedition. Was gibt es denn hier? Eine Atlas-Schnittstelle, erweiterte deine Realität. Asteroiden abbauen, deine Basis dekorieren, ein schwarzes Loch betreten, Wunderprojekt in deiner Basis bauen. Erreiche den zweiten Treffpunkt, Treffpunktwelt erreicht, okay. Dann jumpen wir da mal eben fix hin. Dann gucken wir weiter. Dann gucken wir weiter. Ja. 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 Na assault. Ja. 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 Chaum. Ja. 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 Was bin ich schlecht? Oh Gott. Das wird ja hinten und vorne nix. Weltraumkampf mit mir. Das ist... Hey! Ach, es sind noch... Okay. Okay, okay, okay. Wir kriegen das alles hin. Yay! Nice! Sorry. Wir können ahnen, dass man so kompliziert was machen muss. Okay, noch ein Schiff und... Okay. Okay. Boah, komm, dann gehen wir doch jetzt mal eben auf das Raumschiff. Wenn wir die schon gerettet haben, dann würde ich auch mal gucken, was sie hier zu bieten haben. So, auf den Frachter geht es. Vielleicht gibt es ja ein paar Naniten und dann können wir das Upgrade gleich auf der... gleich, gleich, gleich auf der Station kaufen. Da. Hallo, Kommander Gerga. Hoi! Pixine, Itzine, Sepra, Ua, Schlacht. Esum, Lok, Unio, Sack, Tun, Brack. Als ich mich näher bellt, der Alien einen lauten Kampfschrei und feiert unseren Sieg, hoffe ich. Er gestikuliert in Richtung des Bedienfelds seines Frachters, als wolle er mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Hey, ein A-Klasse-Frachter. Joa. Wir haben einen Frachter. Nö, dachte ich auch gerade. Ups, falsche Taste gedrückt. So, jetzt wollen wir noch eben... Auf die Space Station. Und dann eben... den Dingsens holen, das Upgrade. Ist das rechts oder links? Also... da hoch oder da hoch? Da war ich noch nicht. Oh. Was ist das hier? Aussehensmodifikator. Nein. Nein. Aber. Nein. Okay. Wow, habe ich viel freigeschaltet. Wieso habe ich dann S? Na, egal. Was ist das? Ah, mit Upgrades kann man dann... Okay. Okay-dokie. Okay-dokie. Dann geht es jetzt auf zur Dingenskirchen-Atlas-Station. Also, die kenne ich noch. Außer, die sieht jetzt auch wieder komplett anders aus. Dann ist das wieder etwas... Nee, die sehen noch identisch aus. Außer, dass man mitten in einem... Okay. 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 Das ist hoffentlich noch wie früher. Die ganzen Kugeln auf dem Boden sind Wörter, die man lernen kann. Okay, habe ich doch noch ein bisschen was drauf. Das kann man dann auf jeder Atlas Station wahrscheinlich machen, diese ganzen Wörter finden und freischalten. Dann nach und nach dann... Hast du eigentlich schon das gesamte... Dingsens freigeschaltet? Das gesamte Wörterbuch von allen? Okay. Okay. Werde ich machen. Ah, okay. Cool. Ich stehe vor der Schnittstelle einem bloßen Fragment des unbegreiflichen Ganzen des Atlas. Ich spüre, wie meine Augen zu schwimmen beginnt, als das rote Licht in meinen Schädel eindringt. Ich spüre, wie das Kamesinrot an mir reißt, ein Schrei in reinstem Rot geschrieben. Meine Sicht schwindet immer stärker und stärker geht im Ganzen auf. Ich weiß nicht mehr, wo ich ende und der Atlas beginnt. Die Wände beginnen einzustürzen. Kapitulieren wir oder nicht? Widerstand leisten. Ich werde nicht aufgeben. Ich kämpfe um das, was von meinem Verstand übrig geblieben ist. Dann am äußersten Rand meiner Sicht ein Auflackern von Purpur. Die gesamte Vision bricht zusammen. Während sie verblasst, höre ich ein Ruf, ein Schrei im roten Wind. Ich spüre in meinem Geist eine Erinnerung, die meine und nicht meine ist. Erinnerung an den Ozean. Diese Erinnerung ist ein Fragment des Kosmos. Ein Faden in einer endlosen Galaxie möglicher Vergangenheiten und möglicher Zukunft. Erreiche die Sterne und benutze E um die Erinnerung zu erwecken. Okay. 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 Oh, cooles Viech. Und die nächste Mission freigeschaltet. Ah, okay. Erinnerung an, was wir jetzt freischalten und das haben wir jetzt. Warp Hyperkerne mal zwei, überlegenes Hyperab. Okay, nice. Äh, falsche Tasten. Ah. So, das sollte ja genügend Silikatpulver sein für uns dann. Tritium und Salz. Okay. Hey. Raumschirm. Ach, ich kack ab. Immer das mit dem. Äh. Äh, immer das mit dem. Wie heißt es gleich noch? Äh. Rechtsklick. Okay, ich brauche Salz und noch Tritium. Ich hab auch mal aus. Oh. Dann holen wir uns hier eben das Rucksack-Upgrade. Und... Dann brauchen wir noch Tritium und Salz. Okay. Gucken wir mal hier nebenan bei dem anderen, bei dem Weltraummarkt oder wie auch immer das heißt. So. Joach. Joach. Oh, hier ist sogar Salz drauf. Nice. Oh, guck mal, und hier, wir fliegen direkt auf Wolken zu. Wow, ich dachte, das wäre Salz. Was bist du? Oh, guck mal, und hier, wir fliegen direkt auf. Könnte das da hinten Salz sein? Alter Schwede. Kohlenstoffkristalle, ah, schade. Damit rotzt du doch wirklich alles weg, oder nicht? Ups. Oh. Wie viel bringt so eine Steigerung für, ähm, äh, wie viel bringt so eine Steigerung dann, wenn du es auf B, A und C setzt? Cool. Oh. Hahaha. Wie viel bringt so. Amen. Amen. So. Dann. Okay. Nee, ich wollte nur wissen, ob das irgendeine Problematik mit sich bringt. Dann passt das ja. Dann. 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 Jo, hab ich grad gesehen. Wow. Plus 10.000%. Was ist denn das? Eben grad hab ich für ne Pflanze Irgendwie 13.000 bekommen. Kann man nicht meckern, würd ich sagen. Es geht nicht mehr. Muss es sein. Muht es sein. Muss es sein. Muss es sein. Okay, dann jagen wir jetzt Kometen, würde ich sagen. Da weiß ich, dass es da auf jeden Fall Tritium gibt. Das war's für heute. Das war's für heute. Sehr wahrscheinlich daran liegen, dass ich das wirklich seit drei Jahren nicht mehr gespielt habe und sehr viel wieder jetzt so gesehen dazu lerne und neu lerne, was ich ja vorher schon alles kannte. Das hatte ich mit einigen Spielen jetzt schon, dass ich, ähm, wie sagt man, dass ich mich überspielt habe. Und da finde ich das jetzt aktuell echt nice, dass du, ähm, mit den ganzen Updates und so weiter, dass es wieder ein komplett anderes Spiel ist. Und die Expedition hilft echt gut, wieder reinzukommen. Also so wie du gestern... Oh, cool, was ist das? Also so wie du gestern gesagt hattest, ähm, hat... Ja, funktioniert das echt gut. Also so wie du gestern gesagt hattest, ähm... Nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wollte mal eben was nach anzeigen. Okay, was passiert? Gut. Ja. Ich wollte eben was. Meine Twitch-Anzeige hier ist ein bisschen buggy. Ich sehe die Bitrate nicht mehr. Was ein bisschen blöd ist. Ja, jetzt ist sie wieder da. Trotz. Ja, die Bitrate ist eigentlich immer gut. Ich habe die nur gerne im Auge. Kann man die Max Ich wollte es gerade sagen. Also 120 können das schon sein, ne? Na, ich sehe schon gleich eine Veränderung. Ich sehe die number und sehr großen ich sehe sing. Aber egal ist woher immer 더 уж Ich sehe dir sowieso so. soll ich hier erない sind. ist woher jeder einem Einz molecular ist, was ich da? So, was ist denn jetzt unser Ziel? Außer die blöden Ruinen. Okay, ich soll ein Asteroidenfeld aufspüren. War nicht bei der Atlasstation 1? Kann ich hier einfach random reinfeuern? Ja, das hier ist kein Feld. Das ist eine Wolke. Aber echt coole Effekte. Die haben auch grafisch aufgewertet, oder? Wo the fuck is this? Ah, okay. Das erklärt es. Weil ich glaube, die Teile hier waren vorher keine Klumpen, sondern einfach nur Kristalle. Ich wollte gerade fragen, wie viel muss ich denn noch kaputt machen? Ja, okay. Yay. Expedition. Yay. Wunderprojektpläne? Ah, Projektorpläne. Pfff. Okay. hey so was sollte ich jetzt machen die basis dekorieren wow also muss jetzt zurück zu meiner basis dann brauchen wir uns doch mal eben dahin und das wusste ich und das wusste ich sogar noch nur das zurückreisen funktioniert dann nicht weil ich noch keinen teleporter auf der station habe wie die musik einfach mal zu den teleporter passt schöne sphärische klänge oh gott oh gott oh gott das mit dem bogen sieht weiß aus also oh wir haben top pflanzen es gibt nutzt hier ein hei oh gott oh gott das mit dem bogen und 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 Okay, was brauchen wir. Müssen wir hier Silikatpulver reinschmeißen? Ja, hey, ich wusste noch was. Eingabe zu Regen 40 zu. Ja, hey, ich wusste noch was. Ja, hey, ich wusste noch was. Okay. So, und so brennen wir nur Glas. Cool, das Spiel pausiert, wenn ich auch rausgehe. Ja. Oh, jetzt soll ich auch noch einen Bio-Kuppelraum bauen. Okay. 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 Reines Verriet kriege ich ja wahrscheinlich durch Eisen, nehme ich an. Okay. 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 So. Was kann denn die kleine Knautschkugel hier? Wir können keine... Wieso denn nicht? Okay. Fünf. Okay. Also, das kommt wieder in den Anzug. Also, Silikatpulver. Ja. Die Werkzeug. Oh, Terram. Kopfhahn, Salz. Kopfhahn. 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 PTSD, 不知道. Kopfhahn. Kopfhahn. Dad. Untertitelung. BR 2018 Okay, ich habe mir ein bisschen glas. Dann bauen wir hier alle so schön ab. So, das haben wir nicht mehr. So, das ist ja. Wir brauchen ja noch Eisen und aus reinem Eisen können wir dann den Dingeskirchen herstellen. Äh, magnetisiertes Eisen. Ja. Okay. Äh, funktioniert das hier eigentlich immer noch mit dem... Die Wasserstoffdingern. So, bald geschafft. Dann können wir die Bio... Und den Bio-Kuppelraum bauen. Und... Dann können wir die Bio-Kuppelraum... Okay. Was sollte ich jetzt bauen? Drei Wandbildschirm, okay. Ah, verdichtetes Kohlenstoff. Ja, es funktioniert immer noch. Aua, Achteckschrank. Okay, das kommt auch gleich mal an. So. So. Ah, ich brauche reines Ferrit, okay. Wo ist das Magnetisierte? Alter. Ah, ich glaube, ich schmeiße jetzt die... Oh. Das kann ich einfach... Oh. Genau. Die habe ich übersehen. Ähm. Wo waren das hier? So. Eine Handelsrakete? Okay. So. Oh. Schreibtischstück und sechseckiger Tisch. Oh. Dafür brauche ich Kohlenstoff. Verdammt. Oh. Ah. Oh. Oh. Oh, oh. 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 jetzt muss ich in die anomalie okay das hier sah immer cool aus das geht hier nicht wenn wir uns noch eben ein rucksack upgrade dann beschwören wir die anomalie ja Oh, oh, oh. So. Und hier sollen wir irgendwo die Pläne dafür bekommen. Ah, wird uns sogar markiert, das ist gut. Ah, wird uns sogar markiert. Okay, und dann wieder zurück. Hallo. WTF? Was gibt es da bitte für Basen? Was gibt es da bitte für Basen? Was gibt es da bitte für Basen? Oh, eine Deckenleuchte, okay. Hey! Die Basis dekoriert. Oh, und schwarzes Loch betreten, okay. Persönliche Raffinerieeinheit. Oh. Oh, und schwarzes Loch. Oh, und schwarzes Loch. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Genau, und dann werden wir uns um das nächste Protokoll kümmern. Äh, nicht Protokoll, sondern um den... Ah, ich muss einmal aufsteigen. Okay, eben landen. So. Ja, wie gesagt, dann werden wir morgen uns, äh, um die nächsten Erfolge kümmern. Oder wie heißen die? Ja. Und, ähm, meine ganz starke Vermutung ist, ich, wenn ich jetzt noch... ...weiter zocke und ich könnte das nicht richtig genießen. Und ich glaube, ich wäre auch langsam zu groggy dafür. Aber morgen früh, in alter Frische würde ich dann sagen, steigen wir da ein. Ähm, morgen werde ich auch definitiv früher online kommen, weil... ...heute ist die NAS geliefert worden, der Netzwerkspeicher, und, ähm... ...der hat mich zu sehr begeistert und voll Zeit gefressen, was ich gar nicht machen wollte. Aber egal. Ja, ähm, gute Nacht euch allen. Danke fürs Mitdabeisein. Und dann gucken wir uns morgen den Rest der Expedition an. Und dann richtig rein. Und, äh, ich denke mal, damit starten wir dann morgen auch direkt. Genau. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut und ich denke, ich bin morgen so gegen 10, 11 Uhr dann online. Also, hauen sie rein. Gute Nächtle. Und bis morgen dann. Tschüss und auf Wiedersehen.